Wie fühlen sich deine Gedanken heute an? Wie verändern sich deine Gefühle, wenn du an eine bestimmte Person denkst? Und wohin wandert deine Aufmerksamkeit, wenn sie freien Lauf hat? Es gibt viel mehr Zeiten und Räume, die in jeder Sekunde auf uns wirken, als uns das bewusst ist. Wir unterliegen Einflüssen von Ahnenfeldern, verborgenen inneren Räumen und archetypischen Mustern, ohne es zu wissen. Das Karten-Set Mikrokosmos ist eines der beiden Karten-Sets aus der Reihe Ahnenmedizin und Seelen-Homöopathie. Es blickt nach innen. Es veranschaulicht faszinierende Zusammenhänge und lässt dich mitten hineinschauen in deine Frage, in deinen Konflikt. Es öffnet Bewusstseins-Tore bis in die älteste Zeit deiner Ahnenwelt hinein und in die Ebene der Seelen. Wie greifen die Räume der Zeit und der Seelenwesen in dein heutiges Hier und Jetzt, deines persönlichen Konfliktes hinein? Diese Verbindungen können durch die Karten sichtbar werden. Sie beruhen auf homöopathischen, astrologischen, mythologischen und anatomischen Erkenntnissen. Und es war einmal ein Mensch, wie du und ich. Und der beschloss, tief im Innern seines Herzens sich wahrhaft kennenzulernen, mit all seinen Gewürzen und Fähigkeiten, bevor er von dieser Erde wieder gehen muss. Und da er nicht gestorben ist, erzählt er noch heute von der tiefen Begegnung seiner wahren Seelenwünsche und der Verbundenheit der Welten. Das Karten-Set Mikrokosmos. Für die Praxis oder privat eine neue Möglichkeit. Das Karten-Set Mikrokosmos. Das Karten-Set Mikrokos. 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 Untertitelung des ZDF, 2020